Yo, hi Leute. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute in diesem Video werde ich gegen Hoki ein bisschen Smash Remix spielen. Hi Hoki. Hi. Leute, Smash Remix ist ein Romhack und da gibt es auch Charaktere, wie zum Beispiel Conkerl. Ja moin. Ja und Bowser und die alle hier aus Malay, dann Lukas noch und Wario. Vergeil. Was passiert hier? Oh nein. Wir sind einfach nur gerade ein riesiger Klumpen. Ey. Prisos. Ja, scheiße. Ne. Abwack. Easy. Kannst dich rausreden, dass es D-Sync war, Germi. Kannst dich rausreden. Was? Ja, mega schlecht. Schau dich an. Ja, ich gewinn das Ding jetzt noch. Cool. Alles klar, let's go. Kann ich dir essen, Mann? Du siehst so... ...gesund aus. Fuck you. Was war das? Hä, was? Du fällst nicht drauf rein? Du fällst was? Hä, das war mega los. What the fuck? Was? Was? Easy. Was? We want to hear Metal Mar- Oh. Du hast doch gestorben, Alter. Da schwimmt man ja nicht in dem Wasser. Da fällst man einfach runter. Ja. Ich so, yeah, let's go. Vor allem noch mit Metal Mar- Da hab ich einfach gar keine Chance mich irgendwie zu retten. Oh nein. Stopp. Stopp. Nein. Hör auf damit. Hör auf. Nein. Hör doch auf. Oh, lol. Danke für die Massage. Danke, 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 danke. Danke, dass du Seite auf 0 machst für mich. Ey, Gami. Ja. Mivo. Ich will nicht verlieren. Ja, was soll ich tun? So runterfahren jetzt. Nein. Oh mein Gott, dumm. Was ist das für eine Map? Das ist diese B-Stage. Ich liebe die. Haben die das wirklich so gemacht? Ja, das sind doch diese drei Curvy-Streamland-Beta-Maps. Die im Code gefunden wurden. Ach so. Die sind voll am Arschloch. Hier oben ist das so eine unsichtbare Plattform und so. Die waren nur so, um die Stages zu testen damals. Und die sind super witzig. Dieser Kack da. Was ist das? Ja. Was soll der hier? Bolognese. 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 Yeah. Yeah. Was ist das aber hier? Schau mal. Ihr trefft ja doch. Hä? Nee, auf keinen Fall. Ihr trefft ja doch. Was? Oh mein Gott. Nee, ich überlebt das. Ich überlebt das. Ich überlebt das. Ja, scheiss Kirby. Ja, moin. Schau mal, was ich mache. Ja, moin. Kannst du mal aufhören oder willst? Ja, Smash-Versi ist so am Arsch. Dann kannst du was voll easy machen. Hallo? Alles klar bei dir? Alles gut. Alles entsparen wir mal. Weißt du, das nennt man Taktik. Schau mal, jetzt mache ich den. Na, und jetzt und... Das ist voll spannend, wenn man keinen Special Booster hat. Ja. Nein. Oh mein Gott. Yo. Das war aber knapp, Alter. Ja, und wie knapp das war. Oh mein Gott. Was? 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 Oh mein Gott. Was? 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 Bis zum nächsten Mal.